Ich habe gerade ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt noch ein Video und tja, nochmal sorry, dass es so spät kommt, es ist richtig spät, sogar äh ja, keine Zeit und ja, ich wollte jetzt sagen, was los ist eigentlich, was ich euch sagen würde tja, Rex, ihr kennt ja noch Rex, ja, müsstet ihr eigentlich kennen, wenn ihr meinen Kanal kennt tja, dann müsstet ihr, tja, so läuft, das hat mir so leid, ne, egal okay, also Rex, Staffel 2 kommt raus, Staffel 2, ja, hört richtig und ähm, ich freue mich total auf die Staffel, weil, ja, lasst euch, äh, lasst euch überraschen, was euch auf der zweiten Staffel erwartet tja, viel Spaß